Willkommen in San Francisco zu unserer Hauptveranstaltung. Unsere Fahrer stellen sich heute diesem Straßenkurs. Kristen, was würdest du den Fahrern raten? Auf den schnellen, langen Geradenberg ab muss man aufpassen, denn am Ende wird's fast immer gefährlich. Man darf nicht vergessen, dass diese Kurven nicht für hohe Geschwindigkeiten gemacht sind. Sie sind eng und unwahrherzig, wenn man nicht bremst. Vielen Dank, Kristen. Nicht mehr lange und wir richten unsere Aufmerksamkeit auf die Strecke, denn gleich geht es hier rund. Also bleiben Sie dran. Okay, mach schön Druck. Vielen Dank. Runde 1 ist vorbei und du bist etwas langsam. Kämpf dich nach vorne. Dein Teamkollege fährt noch, ist aber auf dem letzten. Okay, angreifen. Ich geb's weiter. Im Moment ist angreifen nicht möglich. Runde 3 ist fertig. Sie sind bereit. Sieh weiter. Runde 3. Leg einen Zahn zu. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Okay, angreifen bestätigt. Okay, angreifen bestätigt. Okay, angreifen bestätigt. Letzte Runde. Versuch in die Top 3 vorzustoßen. 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 Die Top 3 vorzustoßen.